Hallo und willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie IMAN TV Analyse. Heute geht es um die Behauptung, Gottes Wort ist widerspruchsfrei. So hier geht es im Wesentlichen um zwei Behauptungen. Erstens, es gibt ein Gott, aber nur einen, nicht 3000, wie wir sie halt in der Realität erleben. Und zweitens, dieser Gott ist so inkompetent, dass er ein Buch schreiben muss, aber die von diesem Gott erschaffenen Menschen nicht alle mit der Botschaft versehen werden können, die dieser Schöpfergott in Menschen erwartet und deshalb Boten hinterher schieben muss, um sein Buch, geschrieben in einer Totensprache, zu erklären. Das heißt, ich empfinde den Zusatz in den Videos von IMAN TV, überzeuge uns vom Gegenteil, immer nur als reine Heuchelei, einfach nur maßlos unehrlich. Derjenige, der eine Behauptung aufstellt, muss auch in der Lage sein, diese zu belegen. Und da es die Leute von IMAN TV anscheinend nicht können, sollen wir, die Zuschauer, darüber nachdenken, ob die Aussage richtig ist oder falsch. Da kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Aber ich bin ja nicht so. Ich als Skeptiker sehe aber trotzdem nach und finde keinerlei Belege, dass dieser Gott existiert und oder dieses Buch, der Koran, widerspruchsfrei ist und einen göttlichen Ursprung haben kann. Das heißt aber nicht, dass Götter allgemein nicht existieren, nur weil ich nichts finde. Es ist aber leider so, dass im Islam die Gottesattribute so absolut und widersprüchlich sind, dass dieser spezifische Gott gar nicht existieren kann, aus logischen Gründen. Und ebenso wenig, das gilt natürlich auch, wie der jüdische Gott und der Gott der Christen nicht existieren können. Leider ist es auch hundertprozentig sicher, dass der Koran so schlecht geschrieben ist, dass jeder Gott ausgelacht werden würde, wenn hier ein göttlicher Ursprung reklamiert werden würde. Es bleibt also bei dem üblichen Wunschdenken, der Voraussetzung von Gott, Koran und Mohammed. Und dann kommen da nur ein paar Seitenthemen, die sehr oberflächlich und seicht besprochen werden. Meine Frage, die unbeantwortet bleibt, ist, was ist denn ein Wort Gottes und wie kann ich als Nicht-Muslim dieses als solches erkennen? Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist ein Widerspruch in einem Buch, ein Ausschlusskriterium für ein göttliches Produkt? Und das sind in meinen Augen gerechtfertigte Fragen, die leider nur mit unbelegten Behauptungen dann beantwortet werden, wenn überhaupt. Aber nur, um das klarzustellen, es ist nicht Hass auf etwas oder jemanden, der mich dazu treibt, Iman-TV zu analysieren, sondern ganz im Gegenteil, der Wunsch zu helfen und den Menschen vor Betrügern zu warnen. Weil mein Versuch, direkt mit Iman-TV in Kontakt zu treten und im Gespräch die ganzen Ungereimtheiten zu klären und aufzuarbeiten, die sind ja einseitig von Iman-TV blockiert worden. Da gibt es keine Gesprächsbereitschaft, sondern da gibt es nur Propaganda und in den Videos leider nur Lug und Betrug. Ich meine, wem das gefällt, der ist dort gut aufgehoben. Wer aber höhere Ansprüche stellt an Wissen, Fakten, Integrität und Ehrlichkeit, der sollte sich das nochmal kritisch ansehen, wie ich es ja auch tue. Aber ich lasse ja nichts unversucht. Und bin dann der Einladung eines Teilnehmers hier von Iman-TV gefolgt und war jetzt kurz zu einem persönlichen Kontakt auf einer Plattform namens Discord. Ich bin immer noch entsetzt, ehrlich. Also da sind ein paar Kiddies, die außer einem großen Mundwerk nichts zu bieten haben. Die kennen sich nur oberflächlich aus, sowohl was den Islam angeht, als auch Wissenschaft und Philosophie. Alles nur Halbwissen und ein paar Ausdrücke, die die irgendwo aufgeschnappt haben. Aber da ist keine Substanz oder etwas, was man ausbauen kann oder ein vernünftiges Gespräch versuchen kann. Da wird man sofort abgewirkt. Als Highlight wird dann das KCA, also das kosmologische Argument in seiner Kalam-Version angebracht. Etwas, was ja nun wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr versucht wird, weil es so unwirksam und leicht zu widerlegen ist. Dazu kommen dann auch unsinnige und völlig irrelevante Zusätze. Aber das ist eben das Niveau, auf dem sich Islam-Apologeten anscheinend bewegen. Und so bin ich dann auch schnell zensiert worden und wurde rausgeworfen, weil die Jungs da weder kritikfähig sind, noch sachliche Argumentationen auch nur ansatzweise folgen können. Für die bin ich ein Hater, ein Islam-O-Farab oder was immer das auch sein mag. Aber nochmal, ich habe viele gute Freunde und Freundinnen, die Muslime sind. Ich habe nichts gegen Muslime allgemein. Und ich kenne die nur als hilfsbereit, freundlich, höflich, zuvorkommend, tolerant. Und ehrlich, so habe ich die halt kennengelernt im täglichen Leben, in der Umgebung des Islam. Es geht mir also einerseits um unehrliche Muslime, samt deren Sekundärliteratur, und andererseits um die falschen Behauptungen, die Lügen und das Betrügen seitens des Korans, der Primärliteratur. So, nach diesem sehr langen Vorspann sehe ich mir das Video jetzt mal selber an und greife ein paar relevante Themen raus und analysiere dann ganz einfach, indem ich sie mit der Realität vergleiche und dann die Behauptungen daraufhin untersuche, ob die mit der Realität übereinstimmen. Aber, da ich wieder Islamgelehrter bin und ein ganz normaler Mensch, wenn ich einen Fehler mache, bitte korrigiert mich, okay? Dankeschön. Heute Nacht können Gäste in den Stream kommen. In mein.or.at slash Gast kannst du teilnehmen, kannst du einen Teil der Sendung sein. Und ich hoffe natürlich, dass auch dementsprechend kompetente Gäste zuschalten werden, damit das Ganze auch natürlich ein bisschen interessant wird. Jeder kann Gast in dieser Sendung sein. Was mir sofort unangenehm auffällt, ist die Aussage, dass jeder hier teilnehmen kann. Nein, das ist nicht der Fall. Nur Leute, die eben nicht irgendwie gefährlich sein können. Leute, die irgendwie etwas bringen können, was das Ganze widerlegt. Es gibt ja auch den Achso-Kanal, der das auch schon heftig moniert hat, dass jeder, der sich ein bisschen im Islam auskennt, sofort ausgeschlossen ist. Also, naja. Deshalb mache ich ja auch diese Videos, um anderen die Gelegenheit zu geben, halt Informationen zu erhalten, sachliche Informationen, die eine ehrlichere und objektivere Darstellung enthalten als das, was man in Iman-TV-Videos kennt. Um dann eine eigene Meinung sich bilden zu können, basierend auf Fakten und Informationen und nicht Propaganda. So, im Video geht es ja immer wieder ums Betteln. Immer wieder ununterbrochen Geld eintreiben. Immer wieder dieses Geld. Ich bekomme keinen Pfennig für das, was ich tue. Und nein, auch keinen Cent oder sonstige Gelder, um hier Spitzfindigkeiten vorzubeugen. Das ist alles mein Altruismus. Ich versuche einfach nur zu helfen und den Leuten klarzumachen, was hier eigentlich verkehrt läuft. Und das ist nur ein Beispiel, warum meine Moralität um einige Ebenen höher liegt, als die der Heuchler hier im Video. So, nach fast einer Viertelstunde dieser ganzen ... kommt dann das erste Argument. Ne, es kommt zunächst mal eine einschränkende Fehlinformation. Nicht gleichzeitig wahr und nicht wahr sein kann, wenn es sich um den selben Kontext handelt. Ein Widerspruch hängt nicht vom Kontext ab. Es kann nicht etwas existieren und nicht existieren. Und das auch noch gleichzeitig, abhängig vom Kontext. Das ist blödsinnig. Aber das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Und nein, ein Widerspruch kann nicht aufgelöst werden. Hier mal eine Definition dessen, was eigentlich besprochen wird. Nämlich nicht etwas widersprechen, sondern wir reden hier über einen internen Widerspruch. Also eine Aussage im Koran, die einmal lautet X und dann wieder nicht X. Also ein Gegensatz. Was für mich übrigens unverständlich ist, dass auf keinster Weise angesprochen wird, was der Unterschied zwischen einem internen und externen Widerspruch ist. Obwohl das extrem signifikant ist. Also intern zwischen zwei Sätzen oder Aussagen im Koran selber und extern zwischen Koran und Realität. Das sind eklatante Unterschiede, die bei IMA und TV keinerlei Beachtung finden. Wahrscheinlich nur aus Überheblichkeit und Arroganz. Die Frage aber, die mich am meisten beschäftigt, die wird in keinster Weise angesprochen. Was ist, wenn ein, zwei oder fünfzig Widersprüche auftauchen? Egal ob intern oder extern. Die nicht wegdiskutiert werden können. Was jetzt? Wenn also der Koran gebietet, sei gut zu den Eltern, und dann genau dieses verbietet, dann ist das so ein Widerspruch. Ein interner Widerspruch. Das ist zwar ein simpler Irrtum, eine Verwechslung von Geboten und Verboten, aber so ein Gegensatz oder Widerspruch sollte doch einem göttlichen Autor eben nicht passieren. Tut er aber. So und was jetzt? Seltsamerweise kommen sie nicht auf die naheliegendsten Widersprüche wie allmächtig, was ja in sich logischerweise nicht geht. Oder der Widerspruch gerechtgütig geht nicht. Aber davon gibt es Dutzende im Koran. Und was jetzt? Wenn wir behaupten, dass der Koran in Anspruch nimmt, von Gott zu sein und widerspruchsfrei ist, das ist sehr wichtig, dann heißt es nicht notwendigerweise, dass der Koran das Wort Gottes ist. Na klar. Dann ist der Widerspruch ja auch kein Widerspruch. Wie kann ich denn sagen, der Koran kommt von Gott und dann ist, das ist aber nicht Gottes Wort. Es ist doch schamlos, was hier getrieben wird. Ein Satz im Koran, wenn der Autor kein Gott wäre, dann gäbe es Widersprüche, soll also heißen, es ist von Gott, also gibt es keine Widersprüche. Wie kann man das denn sonst lesen? Und die gibt es jetzt aber. Also kommt der Koran jetzt doch nicht von einem Gott? Aber die Widerspruchsfreiheit ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt von göttlicher Offenbarung zu sprechen. Also das Ganze erinnert mich an eine Folge aus meiner Unizeit. Da gab es das auch. Das heißt also, wenn ich das jetzt umwandern, heißt es Paragraf 1, es gibt keine Widersprüche im Koran. Paragraf 2, falls ein Widerspruch entdeckt wird, tritt automatisch Paragraf 1 in Kraft. Aber jetzt im Umkehrschluss, und das ist jetzt ein Fremdwort für unsere Apologeten hier, heißt das natürlich, dass ein Buch ohne Widersprüche göttlichen Ursprungs sein muss. Und das ist das Problematische im Koran. Diese ganzen Absolutaussagen, die bringen das ganze Konstrukt zu Fall. Was die meisten Christen ja umgehen, da ihre Bibel inspiriert wurde, aber für die meisten eben keine Wort-für-Wort-Offenbarung ist, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und dann kommt als Beweis ein Satz aus dem Koran zitiert. Wäre er, der Koran, von jemand anderem als von Allah, so würden sie darin gewiss viel Widerspruch finden. Ein weiteres Beispiel gefällig? Beispielsweise in Surah Al-Kaft, Allah Subh'ana wa ta'ala im Kapitel 19 des Koran, Vers 1. Das hier ist auch eine Verwechslung. 19 ist 18. Das heißt, wir bekommen nur zwei Behauptungen aus dem Koran. Und der sagt, es gibt keine Widersprüche im Koran, weil der Koran das sagt. Muss ich denn jetzt den Koran ernst nehmen oder nicht? Da steht, wenn Allah, dann keine Widersprüche. Ist das eine gültige Aussage? Ja oder nein? Das heißt, wenn in diesem Buch keine Widersprüche sind, dann ist es von Gott. Und dann macht man sich quasi lächerlich. Ist das wirklich so lächerlich? Warum steht es denn dann im Koran? Absoluter Unsinn. Keiner hat je behauptet, dass der Koran widerspruchsfrei ist. Ähm, nicht? Ja, warum geht es denn dann hier? Was steht denn hier im Titel? Worüber reden wir denn hier? Wenn es nicht wichtig ist, warum steht es dann im Koran? Und warum gibt es hier ein Thema darüber? Dann kann man es doch getrost ignorieren und die vielen Widersprüche einfach abhaken. Warum wird das denn nicht gemacht? Also die Jungs hier sind doch wirklich nur in der Lachen, nur weil ich... Aber es ist wichtig zu verstehen, dass neben der Widerspruchsfreiheit der Koran viel mehr bietet. Der Koran ist eine Herausforderung an die Menschheit. Der Koran beinhaltet Neologismen. Der Koran beinhaltet Prophezeiungen. Der Koran enthüllt verlorenes Wissen. Der Koran hat eine literarische Genauigkeit, die unnachahmlich ist. Naja, das ist eine ganze Latte von Behauptungen. Und die sind alle widerlegt worden, mehrfach. Trotzdem ignorieren sie das und lügen, dass sich die Balken biegen und hoffen, dass andere oder einige das eben noch nicht wissen und deswegen denken, das sind ja Muslime, die kennen sich aus. Nee. Nur mal, um das zu verdeutlichen. Eine Lüge ist bewusst etwas zu sagen, wissend, dass es falsch ist, um andere zu täuschen. Und genau das wird hier ausgiebig praktiziert. Die vielen Widersprüche, in die sie sich einfach nur verhaspeln, das lasse ich mal weg. Das ist einfach zu einfach. Es zeigt nur, dass der Koran schlecht geschrieben ist und so schwammig formuliert wurde, dass alles erstmal interpretiert werden muss und selten eine klare Aussage gemacht wird. Und jeder 13-Jährige könnte das heute wesentlich besser machen. Und jetzt kommt der zweite Sprecher, der Anna, der macht es noch schlimmer. Ach, hätte er doch nur geschwiegen. Er stempelt seinen geliebten Gott als inkompetenten Stümpfer ab, der nur ein paar Sätze herausbekommt, die aber nur von ein paar Menschen in einem bestimmten Zeitfenster richtig verstanden werden können. Aber der Koran ist allgemeingültig. Echt? Das war jetzt gerade ein Widerspruch. Er merkt es nur nicht. Und wie bei allen Muslimen ist er außerstande, eine Analogie zustande zu bringen, was außerdem hier gar nicht notwendig ist. Wenn da steht, der X bekommt das Doppelte von Y und dann folgt darauf X und Y, die bekommen jeder denselben Anteil, dann ist das ein Widerspruch. Der kann nicht interpretiert werden. Auch nicht auf Alt-Arabisch. Und nicht nur im 7. Jahrhundert. Der Widerspruch kann nicht aufgelöst und auch nicht einfach wegdiskutiert werden. Wir lesen den Koran von Surah al-Fatihah bis Surah al-Nas, kommen zu der Erkenntnis, dass es keinen Widerspruch gibt. Also es gibt keinen Widerspruch im Koran. Es läuft wieder einfach darauf hinaus, Paragraf 1, Paragraf 2, primitiv, verschlagen, dummdreist. Und dann wird wieder gebettelt und gelogen. Aber ich darf nicht teilnehmen. Keiner, der wirklich den Islam und den Koran kennt, darf mitreben. Weil es ja ein leichtes ist, Widersprüche im Koran zu präsentieren. Es wimmelt ja davon. Dabei würde ich helfen, den Stream hier populär zu machen. Das haben schon andere gemerkt und mich eingeladen, weil es dann mehr Drama und mehr Einschaltquoten gibt. Aber die Österreicher hier haben die Hosen gestrichen voll und einfach zu viel Schiss widerlegt zu werden und dann selber denken zu müssen. Dazu kommt, dass wir ja zig verschiedene Koranversionen haben, die ja weiteres Potenzial liefern, sich auch noch gegenseitig zu widersprechen. Und das tun sie ja auch. Und der Mohammed Hijab hat das mal aus Versehen getan. Als er eine Version gezeigt hat, in der steht, es ist eine Sonne. Und das ist ja dann falsch. Es gibt ja mehrere Sonnen, also mehrere Sterne. Und dann eine weitere Version, in der steht, es sind mehrere Sonnen. Allerdings ohne Quellenangabe. Ich muss mich also hier auf seine Aussage verlassen. Das zeigt aber sehr deutlich, wie wackelig das Fundament ist, auf dem der Islam aufgebaut ist. Der anschließende Teil, jetzt mit Gästen, ist voller Widersprüche zu dem, was vorher gesagt wurde. Aber da jetzt jeden Satz zu analysieren, das ist mir zu doof. Also lasse ich es. Was mir einfach nur auffällt, ist, dass Leute warten, in den Stream zu kommen, die aber bewusst ignoriert werden. Wohl weil die tapferen Islam-Apologeten zu viel Schiss haben. Also diskutieren sie tiefer mit sich selber. So eine Echokammer mit eingebauter Gehirn-Masturbation. Das ist ein Armutszeug des Kinder. Eine Bankrotterklärung des Islam. Ihr lasst den Islam albern aussehen. Aber Allah ist allsehend, allwissend, allhörend. Das heißt, mit diesen Eigenschaften ist er dir näher als jeder Mensch. Das ist ein Selbstschuss. Allwissend. Warum denn ein Test? Das ist doch ein Widerspruch geliefert, frei Haus, vom Islam-Apologeten Anas. Danke. Ihr schießt euch selber ins Knie und merkt es nicht mal. Aber wir können auch anders, und zwar, so sollten wir das eigentlich machen. Nicht selber irgendwas behaupten. Also nicht, dass ich jetzt die Weisheit mit Döffeln gefressen habe, aber so hat sich das herausgestellt und so geht es eigentlich am besten. Und das kann jeder. Nicht selber irgendwas behaupten, sondern Muslime fragen, was sie zu einem Thema denken und wie das im Koran dann drin steht und das dann von den Muslimen selber widerlegen lassen. So umgeht man die Probleme mit Sprache, Verständnis, Inhalt des Korans, die Interpretation und zeigt dann Muslimen, wie wackelig ihr Fundament wirklich ist. Das müssen wir halt üben. Hat dieses Video jetzt irgendetwas geklärt oder erklärt? Nein, überhaupt nicht. Alles, was ich hier sehe, sind Ausflüchte und Täuschungsmanöver. Das wird nicht diskutiert, sondern nur taktiert. Eben weil der Islam so unsagbar schwach ist und keine intellektuell basierten Argumente hat. Schade eigentlich. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Ciao for now.